hallo und jetzt willkommen zu wir sind ja auf der road to 2000 und jetzt wollte ich aber nochmal das wort ergreifen und sagen heute wenn ihr die videos guckt die als es noch nicht gemacht hat abonniert meinen kanal ganz wichtig und schreibt was in die kommentare damit ich weiß was ihr denkt es ist mir sehr wichtig dass sie das tut und jetzt wünsche ich viel spaß beim video bis gleich hallo und herzlich willkommen zurück zu kölnery mit mir kölnery und seki roh ja seki roh geil wir schleifen uns hier mal ganz heimlich an der hat ja überhaupt keine ahnung gehabt mich verarschen es war die tiere töten vielleicht wir lieben und dies ja ich hätte auch lieber dass sie genommen aber 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 okay oder hochziehen jetzt so ja hier waren wir doch schon mal ist der jahr versucht mir jetzt hier anzuschleiden ich weiß noch nicht ob es funktioniert wanger west der pixel sein movement oder schießt dann auf mich so wo der war böse oder kräft einer gegen mich erst mal hier die musketen leute ausschalten wo auch böse wir sind tot wir sind runtergefallen scheiße kann man nicht wieder wenn jemand runterfällt ja das ist natürlich immer um die archen da weiß ich doch bescheid wo ganz ganz ruhig tut ganz ruhig ja ist tot wir stecken uns mal kurz hier kommt da jetzt einer ich glaube nicht gell ich glaube nicht so jetzt war es mir einfach hier dumm gerannt und haben geguckt wo hier was geht gegenstände freunde gegenstände muss ja jetzt alles gleich wasten weißt du ja gar nicht vorne steht noch eine hand das letzte mal sind wir einfach hier dumm gerannt und konnten hier keinen töten weil wir kein schwert haben ich erinnere mich dieses szenario oh komm verlieh mal deine haltung da hey voila und lass mich schlagen du hast keine haltung mehr danke so jetzt trinken erstmal einen schluck glaube ich dieben sperre von aschina what boss gegner auch noch wow 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 ganz ruhig mein sohn ganz ruhig ich kämpfe gegen den riesen und den typ da habe ich ja gar keinen bock drauf ne sorry bro ne 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 muss hier ein bisschen so ich benutzen nein wir fallen hier runter oh mein gott ich bin wieder tot ich bin tot korrigiere ich bin tot äh auferstehen mach mal einfach mal auch immer wow 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 Junge mach doch mal nicht was ist denn hier los da schießt doch schon mit dahin auf mich ich komm hier nicht weg so viele gegner hier so viele gegner die zwei riesen ausschalten die werden ja sonst bedrohung oder kann ich da hochschleichen und eben erstmal einen toteschlag verpassen bring ich das hin so als ninja ja ist das ja 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 dem staff wir brauchen ein bisschen geld jetzt brauchen wir einfach hat sie falsch dass sie ja in spät jetzt beinahe jetzt sprich verrate beinahe der geld ja er hat geld bei sich das ist gut jetzt ist die frage schaffe ich den du da oben wo ich getötet wird oder schieße schon wieder einer auf mich wo dann jetzt schon wieder was nein der wacht mir alles kaputt die haben mich ein auseinander genommen erst mal verstecken oder kann die reinballern der drecksack erst mal hier will sie aufräumen und da kommt es wieder so ein knecht du bist tot kriege ich die getötet den den im hemd wird ich gern töten ich weiß noch nicht wie es funktioniert schneller 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 schenke an der wand bringt mir der stein da was ich glaube nicht glaube nicht weil es gegen so spärleute da habe ich überhaupt keinen bock zu kämpfen blockt doch alle blockt ja erst mal ein paar kürchen reinballern aber ich habe vielleicht beide reingeballert ich glaube das war nicht gut es deckt nämlich glaube ich nicht und schlaf zu kommen 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 Leute schluss jetzt aber schluss in fluss ne schluss ein problem so immer natürlich ein bisschen angeschlagen aber wir haben eine wiederbelegung frei was stehen müssen erstmal besiegen er steht da einfach oben am turm moment kann ich hier irgendwo hin theoretisch ja haben wir doch gerade mal ob ich jetzt irgendwo hinkommen weiß ich noch nicht erklärt einfach mal ich würde den gerne von hinten mindestens einmal schlagen damit ist ein bisschen leichter ab ist sie wenn ihr mal wieder rein hier waren wir nehmen wir schon mal wo ist wieder hier über reste berühren ja das das weiß ich doch auch nicht beginnt ein kampf hier wir haben first schlagen das weiß ja ich würde sagen einfach einfach mehr zu viel ausgedrückt extrem große range extrem doch nein 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 von der, moment zuletzt war wann whenz du tot nein Raw um fisch Robe real อง so Ringe ist ja alle das ist perez ward was hier ab geht arsch habe ich noch das reicht glaube ich nicht alleine weiß ich nicht wir haben nur einen trank den benutze ich jetzt mal ich glaube den kampf können wir vergessen nee kein schluss ach du scheiße was denn jetzt passiert so ist denn der kribbel so stark weißt du dann hast du immer diese lanzen typen ich habe den shinobi schon gehasst kannst du doch nicht bringen den scheiß jetzt waren wir mal relativ gut im ne nein das war falsch oh mein gott oh mein ja genau ja 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 oh äh kommen die nicht hier rein das schmerzt der da ich habe keine dingens ja ich bin tot ja das war ja ich habe So, jetzt haben wir ein paar Embleme gekauft. Ja, gut. Mach das halt so. Wieso blockt der denn nicht mehr? Was wird da los? Hey! Ich seh doch die Dings mit, Junge. Genau. Ich fühle mich gerade mental überhaupt nicht bereit, hier irgendwas zu tun. Nicht benutzen. Doch jetzt. Alter, was ist hier los? What's happening? Nee. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ich sehe mich da noch nicht, dass ich da den Typ da töte. Die Lanze ist ja schon echt pervers. Fascht. Oh, Leute. Wir mangeln uns da mal ein bisschen rum, ne? Mhm. Mhm. Das kenne ich auch schon mal ein bisschen rumziehen. Ja. Wo schaffe ich das jetzt? Ganz schwierig. Vor allem, das ist ein normaler Mob. Teuer. Gibt mir das hier oben was? Kann ich mich hier oben ein bisschen abfangen? Oh, nee. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Alter, das ist doch unfair. Bist du mal an? Nein. Bist ich. Ich bin im Gebäude. Bist du mal an? Nein, jetzt habe ich die anderen getriggert. Das wollte ich doch nicht. Scheiße. Und jetzt hier runter. Nee, ne? Jetzt habe ich die anderen Bitches getriggert. Das wollte auch kein Schwein. Komm doch rein. Komm doch. Xenex. Wie schön. Doch, der kommt hier rein. Ist der wie in das? Gehen einfach mal die Treppe hier hoch. Was ist die? Können wir den hier irgendwie ausmuten? Geht das? Kommt der hier hoch? Weiß nicht, wo steht er denn? Engst im Raum? Oh, ich weiß ja nicht. Ich sehe nix. Kann ich nicht blocken, weil ich hier nicht sehe. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kügelchen. Die benutze ich jetzt. Ja, wir haben noch dreimal Kügelchen. Nice. Ja, nice. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt hier noch verliegen soll. Alter. Ich verarschen. Junge. Junge. Hey. Hier. Tschüss. Geh jetzt. Hau rein. So, da kommt man wieder raus. Wie sieht der jetzt, ja? Jo. So, klar. Ich falle, na doch, kann ich. Könnte ich, kann ich, werde ich. Wow. Warum machst du das? Wo ist er denn jetzt? Da. Seine Zelle ist er. Ja, da gehört er auch hin. Ich kann ihn nicht besiegen, so. Ich kann ihn nicht besiegen. Achso, achso. Ja, jetzt sind wir alle da, ist klar. Hm? Hm? Oder auf. Nein. Nein. Hier unten bin ich ja relativ, relativ safe. Aber wie, 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 wie soll ich das besiegen? Wie? 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 Oh. 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 Scheiße. 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 Ich komme hier raus. ja du elendige das war's wieder mit körper und sekiro aber wir hatten genauso viel spaß wie ich ich würde sagen wir speichern jetzt auch noch mal lasst den 500 sind und hier ist ja noch irgendwo der shop wo man stuff kaufen kann nicht wahr machen wir es nix mal haben ich nix mal dann kaufen wir doch die gebätsfälle im shop okay alles klar vielen dank dass ihr zugesehen habt wenn euch das video gefallen hat lasst ein like und ein abo da und wir sehen uns morgen wieder bei neuen videos bis dahin macht's gut euer curdery